Wir sind Rebecca und Victoria von Sportaholics. Sportaholics ist ein Trainernetzwerk für die Fitnessbranche. Für Großtrainer, Fitnesstrainer, Postmetrainer, Kleiner, Unternehmen und Großbritannien. Und wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Sportaholics hat den Anspruch und die Idee, die Fitnesswelt zusammenzubringen, alle Fitnessenthusiasten unter einem Dach zusammen. Unsere Sportaholics können auf der Plattform ihre eigenen Workshops veranstalten, ihre Fitnessreisen einstellen und so noch mehr Leute für ihre tollen Kurse, für ihre tollen Ereignisse generieren und ihre Events über uns vermarkten. Ich als Fitnessfan zum Beispiel weiß nicht, wo ich wirklich explizit nach Fitnessveranstaltungen suchen kann. Ich wünsche mir eigentlich eine Plattform, wo ich dezidiert nach einer Stationen kann und nach Fitnessveranstaltungen, die jetzt bei mir in der Nähe stattfindet. Sportaholics auf Startnext heißt, du kannst uns unterstützen. Werde ein Teil von uns, werde auch ein Sportaholics, unterstütze uns und helfe uns, unsere Software noch besser zu machen. Wir haben die besten Trainer, die spannendsten Workshops und die krassesten Events und das alles nun für dich. Du bist dein Sportaholic und wir zählen auf die Karten. Sportaholic ist dein Netzwerk und die erste Anlaufstelle, wenn es um Fitness geht. Ich bin Sportaholic und wüsstest du auch rein? All right.